Vergiss, dass sich Freunde alles erzählen können und dass wir immer für sie da sind. Ich hab gelesen, dass ein alter südamerikanischer Stamm sowas gemacht hat. Man erzählt der Perle ein Geheimnis nur im Kopf. Sobald Marinette ihr Geheimnis der Perle anvertraut hat, vereint uns das Armband für immer. Bereit? Wollen wir nicht lieber einen Smoothie mit ihr trinken gehen und ihr dabei helfen, ihre Liebesprobleme zu bewältigen? Okay. Solange ich Ladybug bin, kann ich niemandem nahestehen. Wieso sagst du sowas, Marinette? Du weißt wieso. Ich musste mich von Luca trennen, weil ich ihm nicht die Wahrheit sagen konnte. Mit Adrien wäre es dasselbe. Ich kann mein Geheimnis mit keinem von ihnen teilen. Ich kann weder meinen engsten Freunden noch meinen Eltern die Wahrheit über irgendetwas sagen. Es ist mein Schicksal für immer, eine riesengroße Lügnerin zu sein. Was soll ich nur tun, Tiki? Ich wünschte, das könnte ich dir sagen. Aber Kwamis verlieben sich nicht. Siehst du, niemand kann mir helfen. Mein Leben als Marinette ist zu kompliziert. Ich sollte einfach nur noch Ladybug sein. Tiki, verwandle mich! Marinette! Marinette! Wow, seht euch das mal an! Ist das neu? Oh, ist das süß! Eine weitere von Marinettes coolen Kreation. Sie ist bestimmt auf der Terrasse. Ich hol sie. Worauf wartest du, Shadow Moth? Hier bin ich! Marinette! Verwandle mich zurück! Marinette! Was machst du hier? Wir wollten nur mal nach dir sehen. Oh, es sieht aus wie ein richtiges Haus. Man kann das Dach abnehmen, um reinzugucken. Nein, nicht erfassen! Geh weg! Tut mir leid, Marinette. Bitte verlasst mein Zimmer. Entspann dich, Marinette. Das ist nur ein Puppenhaus. Wir helfen dir. Tut ihr nicht! Bitte geht! Okay, Marinette. Irgendwas stimmt nicht. Und wir werden nicht gehen, bis du uns sagst, was es ist. Wir haben unsere Geheimnisse diesem Armband anvertraut. Jetzt bist du dran. Das Einzige, was hier gerade nicht stimmt, seid ihr. Ihr seid immer noch in meinem Zimmer und das ist nicht cool. Wenn wir deine Freundinnen sind, kannst du dich uns anvertrauen. Wahre Freunde lassen einander nie im Stich. Dann will ich euch vielleicht nicht als Freundinnen. Geht raus! Ich hatte keine Wahl, Tiki. Ich musste das tun. Ich weiß, Marinette. Jetzt muss ich wenigstens nicht mehr lügen, denn es ist niemand mehr da zum Anlügen. Ist alles in Ordnung? Mädchen! Fragile Herzen, alle zur selben Zeit gebrochen. Was für eine liebliche Sinfonie für meine Akumas.